Kennt ihr das? Man will los, man hat es eilig, man will zum Training, aber der junge Mann hat andere Vorstellungen. Naja, irgendwann haben wir es dann doch geschafft, uns auf den Weg zur Eissporthalle zu machen. Max hat seinen trainingsfreien Tag genutzt, um Plätzchen zu backen. Dagegen ist eigentlich auch nichts einzuwenden, wenn auch was für Papa abfällt. Dies war heute nicht der Fall. Weder Teig, noch fertige Plätzchen, weil sie sind ja abgezählt und werden für die Schule gebraucht. Super! Tja, jeder hat andere Vorstellungen von der Vorweihnachtszeit. Aber gut, Max hat dann weiter mit dem Teig gekämpft und Plätzchen für Plätzchen ausgestochen und auf dem Backblech bereitgelegt. Aber nichtsdestotrotz, in der Halle ging es natürlich heute auch weiter. Für die Mannschaftskollegen Sidney aus der U9 gab es heute neue Schlittschuhe. Und das heißt natürlich für Papa, erstmal Schnürsenkel einfädeln. Das hat er dann hier auch gemacht, kurz vor dem Training und somit auch ein bisschen die tote Zeit überbrückt. Fynn hatte heute mit der U9B-Training in der kleinen Halle. Zum Umziehen wurden die Gastkabinen unterhalb der Haupttribüne genutzt. Und für Fynn heißt das dann immer, als Spieler zu trainieren. Und den Fynn sieht man hinten auch mit seinem grauen Trikot, was die Torhüter hier bei den Löwen eigentlich immer anhaben. Und das trägt er natürlich auch als Spieler, damit man gleich erkennt, dass er einer von denen ist, die sonst im Tor stehen. Wir hören uns morgen wieder. Da haben beide Training. Wir freuen uns bis dahin und tschüss.